Wir fangen jetzt an mit dem Lied Kein Bock auf Sex und trotzdem ein Mann. Ich habe gerucht in meinem Nacken, doch die Haare wollen nicht ausgehen. Man schenkt meinen tiefsten Händedruck und mein Bartwut wird härter, männlicher. Ich versuche dran zu bleiben, doch die Lust erlischt und den Etappenbilderkörper nicht mehr. Die Kraft und das Saft ergibt sich nur in anderen Dingen. Man legt jetzt keinen Wert mehr, ob er oder sie, es gibt nur noch Es. Ein Aufschrei, ein Hinfuhr? Nein, die Moose umschlägt mich und zu einer Inspiration gesetzt sich die Attitübe. Die Körperliche bleibt wohl die Grundlage, zu der sich irgendwelchen Gedanken bildet. Aufschrei, ein Hinzu. Ich vermisse nichts, und das man könnte, lässt den Luxus zu es auf sich zukommen zu lassen. Dies spreche ich in den Tagen wie den Erzigen, aber ich kenne mich aus 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 anderen Tagen, in denen ich seelsüßig auf ein Zeichen warten, das gegenüber will, das zerreißt mir schädlich Verstand, Haltung gefahren und doch da die Mönchlichkeit nicht zuwege, ich lege mich, 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 ich lege mich Knoll Knoll Vielen Dank.